So, es ist soweit, die Seppi hat heute letzten Öffnung gesagt, die Stimmung ist jetzt schon am Kochen und irgendwie glaube ich, das geht so weiter. So Freunde, auf geht's! Auf geht's! Freunde, wir singen, auf geht's! Komm, zeig mir nur ein bisschen, eben ein bisschen, bisschen, rock' mich heute noch! Tanz mal, dann wulden, schieber, oder was ist der lieber, rock' mich heute noch! Schau mir in die Augen, Kleine, du bist ein ganzer feiner, rock' mich heute noch! Radium, Radium, bis der Tanzbund kommt! Shaddle, 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 shaddle. Bei dir hat's ja ein wenig getan, glaube ich, im Privatleben auch, ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest. Ja, es hat sich einiges getan. Ähm, ich hab jetzt einen kleinen Sohnemann zu Hause, und der wartet schon drauf, dass er mit mir, glaube ich, mal dann einmal in mich fahren kann, dass er mit mir auflegen kann. Jetzt gibt's eben Müffel da, ein paar Rockbeißle auch. Warum ausgerechnet kommst du nicht Happy? Weil es sind Happy, alle Geilen reintriften! Spielst du da ein bisschen Klassiker? Ja, spiele ich auch. So, eschi, dischi! Ja, Metallica, die Allenscheime, alles! Das Geile an der Happy ist, dass man immer Fühleigkeits. Happy, du rockst das Ding! Es war eine tolle Saison mit tollen Erlebnissen, tollen Momenten, ein Traum. Ich darf sagen, das Nachtleben schreibt Geschichte, und wir geben richtig geil Gas. Der Happy wird in Ueppingen so schnell kein Handy haben. Junge, warum hast du heute in der Happy eine Wipplansch? Weil wir heute Masterprüfung gemacht haben. Wie oft wart ihr hier in der Happy? 16 Mal! Jedes Mal war's offen. Das Happy, das sind einfach geile Leute! Und geile Musik! Ich als alter Veteran da erinnern. Du bist ein Veteran! Ich gehe da schon 20 Jahre hin. Warum fahrt mein Happy? Habt ihr das in Deutschland nix zur Burke? Nein, wir nicht! Warum nicht? Es ist alles fahren! Warum arbeitest du so gerne da? Weil das Team einfach geil ist, weil die Location geil ist, weil die Leute geil sind, weil es einfach vom Feinds passt. Also, ich muss ehrlich sagen, ich arbeit verdammt scheiß gerne da rein. Es ist eine eigene Family da rum vom Arbeiten und es ist einfach geil. Bist du nur am Hackeln oder kannst du ein wenig mit den Gästen feiern? Man muss mit den Gästen auch feiern. Das ist super! Das gehört dazu, oder? Fix! Glaubst du, dass du heute auch noch ein Happy End kriegst? Ja, fix! Fix, oder? Ja, nach 5 Minuten stimmt's! Heut nimmer! Heut nimmer! Aber morgen in der Früh? Nein! Heut nimmer! In der Früh ist scheiße! Nein, heut nimmer morgen! Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen! Ja, gefällt euch dir das in der Früh! Ja, super ist das! Na, in der Früh steht er gut! Happy Sunday! Happy Sunday! So Leute, ich bin fertig mit den Nerven! Party pur! Ich bin happy in der Übring! Die Party geht weiter! Aber ich lenke mich aus! Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal! Vielen Dank.